Thuisa e.V. präsentiert das Benefizkonzert Hoffnung für die Kinder dieser Welt. Sami Yusuf mit seinem neuen Album The Center live am 31.05.2015 mit seinen berühmtesten Songs im Colosseum Theater Essen. Guten Tag, join me on the 31st of May in Essen for our concert there, looking forward to seeing you all be there inshallah. Love you. Tickets for Verkauf online auf www.thuisa.de slash tickets oder unter der Ad Tickets Hotline 980 60 50 400. Sei dabei und schenke Hoffnung. Wer einen Menschen rettet, rettet die gesamte Menschheit. So, let's go. So, let's go.